oder davor ist oben oder die genau diese plattform nach vorne was kohle einverstanden ist ja schon wieder weg jetzt müssen wir das wieder hier vorne wollen wir landen wir haben jetzt neuen plan gemacht ja so da du warst ja klaus war perfekt und ein kauf und nein bohrer position halt da auf der kiste darauf der richtige sehne und wenn von benno von benno er war ja noch ein kleiner buch und ist dann noch weiter guckt eigentlich nichts mehr das geld ist verschwunden hat seine aufgenommen ach so ok kann es den finnischen ja es ist einer ist oder der ist in der luft schon wieder ich vergesse es immer dass man er ist das kämpfe alter ist das ein camper alter krass wird er garst du dann gekämpft mal sehen bitte da hat er wieder kämpft kämpft bei der übelsten sorte alter glaub ich bei nko komm nicht hinfahren mit meinem neuen loadout ist echt jetzt jetzt noch einer noch einer wieder stark ne armortruck wollen wir uns mal den armortruck holen so probieren von mir aus bräuchte noch mal platten vielleicht ich habe hier noch ein paar ich habe hier noch ein paar werfe ab jetzt hier durch springen warum landet schon nach kann nicht einsteigen nein ich kann nicht einsteigen spring jetzt jetzt ne ach man vom schiff ach auf dem control da ist auch streich erlaufen kannst du mich rüber schieben also dadurch haben wir uns das jetzt hat er so komisch geredet schul habe ich immer seiten schutz hier ist einer auf dem dach schon oder was wie kommt er denn aufs dach der ist hier schon auf dem dach wie um höchens willen kommt er aufs dach es ist keiner abgesprungen keiner gelandet ganzes team auf dem dach anbau ob er jetzt schon k.o. da sehe ich ein laser ich bin im truck aber die liegt in der unterdacht kommen sie hier chill break wieder da unten schuss verkauf läuft hier noch hier ist noch ein bisschen geld so kann ich da jetzt auch mit einsteigen in diesem scheiß truck ich weiß nicht was das schon auf die ladefläche kannst du drauf genau ach so man kann nur einen einer anspanzerfahrzeug einsteigen hier vor uns ist hier noch hier vor uns guck mal gerade zu an dem kombuschen ding hier unten vom gabelstabler dahinter müsst ihr nach oben ey schieß doch auf den hier ja ich sehe ihn nicht ist hier blendet ey den kriege ich noch nicht selber den kriege ich noch nicht selber nimmst gegen ist einer aufgelandet das kommt ruf wunderbar da kommen ja gar nicht mehr rum aber bescheid wenn du aufsteigst dann ist zu hoch du denkst was hier drunter durch wirklich nicht ne ich stoße hier an mit dem mit dem geschütz das ist wirklich so kommst du hier nicht durch ich muss gerne ruf nein deten ich steig jetzt aus ich werde jetzt hier weg gesniped ach quatsch ne ja lass mal gucken hier unten dieeten so ein paar ist einer gelandet wieder auf verstehung abgeschaltet ja ab zu 90 kann man das ding hier benutzen man kann den sogar verbessern den gepanzerten laster verbessern warum äh musst du Geld bezahlen das ist der das ist das ding hier unten benutzen das ist cool ok dieeten hier drinnen dieeten ist was nach unten den down das ist ja so mächtig das zeige noch den down das ist wie diese juggernautwaffe hier vor mir an der treppe hier der geht jetzt hier auf den innenhof glaube ich dass es mal kommt segne ich sehe auch nischt ich fahre der ist hier Richtung fahren äh shop gerannt ich hab noch einen Prezi der ist hat recht hier nicht das ist so stark das ding ja doch reicht noch da auch jede fikt auch oben rum im dach ist wieder wir kurz ein bisschen abgedeckt stehen rüber vielleicht dass sich einer weg bei da kannst du ja auf das dach ein bisschen gucken ja noch wohin fahren sollen du musst sagen doch links angezeigt ich hab noch ein prezi ich hab noch ein prezi weil ich setze den einfach auf hier bist ein roter guck jetzt können wir richtig abstauben jetzt können wir richtig abschauen da legt schon mal einen rückwärtsgang ein ja ja ich fahre dann vorwärts und dann kannst du den rot vor landen die mit der ultramar warte mal formal bis hin genau Zwei noch, auf dem Dach oben noch. Tunnel vielleicht. Ich bleib mal hier, kannst du Tunnel abdenken. Da kommt ihr nach hinter dir. Hier, alle. So. Robert. Ja. Oh Gott, ey. Richtig dreckige Winnerrunde, ey. Naja, sehr dreckig, fand ich jetzt hier. Nee, da wir im Auto waren, ward natürlich nicht dreckig. War das fair. War das fair, ja. Ja, zwar kann ja jeder sich das Auto holen können. Mich wundert eigentlich nur, dass ich nicht rausgesnipert wurde da oben. Das ist eigentlich das Einzelne, das würde mich wundern, muss ich sagen. Ja, jeder muss, dann das Auto. Genau, Chancen waren ja für alle gleich. Jeder macht gut. Oh. So ist es. Ah, ist ne gute Idee, muss ich sagen. Ist schön bereichert, bereichert den Modus. Scheiße. Ja. Ja. Kann man öfter machen. Oh. 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 Vielen Dank.